Hallo liebe musikstor.tv und musikmachen.de Zuschauer. Ich sitze hier mit dem Hauke Lang, dem Produktmanager bei Roland für die V-Drums und wir sitzen am womöglich neuen TD4. Ja, wir sitzen hier am neuen TD4K 2-Set. Das hat auch ein Upgrade bekommen und zwar haben wir hier einen neuen Kick dazu bekommen. Das ist der neue TD, nein, der neue KD9 mit einer neuen Gewebestruktur als Fell. Hier wurde auch der Trigger verändert. Das ganze Pad ist sehr kompakt und Double Base kompatibel und das ist jetzt hier beim neuen TD4K 2 dabei. Das ist die einzige Neuerung dabei? Das ist so das Herzstück, was ausgetauscht worden ist? Natürlich, das wurde hier ausgetauscht beim gewohnten TD4K-Set, das heißt jetzt TD4K 2-Set. Natürlich bietet das Set sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie die Rhythm-Coach-Funktion eine sehr gute Metronom-Funktion ist. Wir haben 125 Sounds im Modul und es ist ein sehr schönes, kompaktes Set, was für den Einsteiger und für denjenigen, der das zu Hause spielen möchte, eben gedacht ist. Ist es denn so schon lieferbar mit dem neuen Subwoofer? Bassdrum? Mit dem neuen Bassdrum ist es auf jeden Fall ab Anfang März lieferbar und in den Läden. Street-Price ungefähr? Es wird um 1000 Euro liegen. Okay, wie immer alle näheren Informationen unter www.musicstore.de